Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Der letzte Gartenrundgang hat euch so gut gefallen und nach dem Titelbild haben sich viele einen Gartenrundgang aus der Luft gewünscht. Und den machen wir immer heute. Ich würde sagen, auf geht's, ab in die Luft. Ja, so sieht mein Steuerbord hier aus und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Zone hier von den Gewächshäusern und dem Gemüsebeet und den Hochbeeten mal dem Gemüsegarten von oben an. Viel Spaß! Vielen Dank! Ja, und dann lass uns doch mal hier hinter mir auf meine neue Gartenhütte und die Streuobstwiese schauen. Hier, das ist doch eine gute Stelle, um mal gerade nach oben. Um ganz weit nach oben zu gehen und den Garten mal komplett von oben zu sehen. Musik 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 So, und jetzt einmal quer übers Das Gemüsebeet drüber weg. Musik Dahinter mir, da seht ihr die Hochbeete und dahinter, hinter diesen ganzen Bäumen, Sträuchern und Hecken, da geht's mit einem kleinen Bach weiter. Den zeige ich euch auch mal aus der Luft. Musik Das Gemüsebeet drüber weg. Musik Das Gemüsebeet drüber weg. Musik Das Gemüsebeet drüber weg. Musik Und hier noch weitere schöne Aufnahmen aus meinem Garten von oben. Musik Das Gemüsebeet drüber weg. 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 Musik Und ihr findet die Aufnahmen hoffentlich genauso schön wie ich. Der Garten, der hat einfach Potenzial und ich freue mich, was noch so passiert. Bleibt gerne dabei. Ich freue mich auf weitere Videos. Wenn ihr abonniert habt, verpasst ihr sie nicht. Dann sehen wir uns demnächst. Bis dahin, alles Gute und ciao.